So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sitzen hier beim Set von Barakuda Bay. Im ersten Teil haben wir die Insel schon mal aufgebaut und jetzt geht es weiter mit dem Hund. Was ist das, eine Brücke? Ja, keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir werden sehen, ja. Wir werden sehen. Ja, technische Probleme gab es in der ersten Folge, das habt ihr schon richtig gesehen. Und die kleine Marewa hier. Ja, so ist es stimmt. Hat er auch hier gequascht. So, danke. Wir haben immer nach einer Praktikantin gesucht. Ja, stimmt. Aber beim Kandidatenfest brauchen wir keine Ahnung. Das ist ganz schön. Hui. Na gut. Oder so. Okay, was brauchen wir denn da? Ein Zeug. Wir brauchen denn da von sieben Stück. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So. Dann brauchen wir sowas hier. Dann geht die Raterei schon wieder hoch. Ja, so ist es. Wo kommt was hin? Nein, das ist kein Corona. Ich glaube ja, ich hatte es schon. Wie, ich weiß es nicht. Als ich krank war, die eine Woche. So krank war ich noch nie. Okay. Ich habe meine Mutter angesteckt. Wir lagen beide über zwei Wochen flach. Wir haben hier feste Überzahlung, dass wir es schon haben. Und ich glaube, der kommt hier drauf, würde ich sagen. Und zwar so. Ja, das sieht gut aus. Hast du es schon einmal? Achso, er ist nur einmal. Ich dachte, er wäre... Nö, er ist nur einmal. In der Tat. Ja, ich habe schon die Pümpel hier und die Tonnen. Pümpel und Töniges. Ja, wirklich. Sieht sehr wenig aus, die Tüte, wirklich. Tja, es gibt manchmal viele und manchmal wenig Möckchen in einer Tüte. Ja, stimmt. Aber auch wenn es wenig aussieht, wenn es viele Kleinteile sind. Oh, sorry. Also, jetzt hat Lego gemeint, dass wir da drehen zu müssen. So. Hm. So in einer, ohne... Ah, da. Und das kommt dann da hin. Das kommt dann da hin. Ah, ja. Ich habe schon gehört, wo das ist. Ja, Entschuldigung, so schnell war ich da noch. Das kommt dann der Seite. Von dem genau dazwischen. Mhm. Okay. Ah, du blätter, ich leiter. Also, ich blätter, du leiter. Wie? Ich blätter, du leiter. Ja, du musst noch... Achso. Kannst du dir die Leiter auch eben geben oder reinsetzen? Das ist ja nur reinsetzen. Ja, dann setzen sie es und du mal rein. Ah, der Aufstieg nach oben. Ich mach das jetzt dann direkt nach vorne. So. Okay. Das sieht zumindest richtig aus. Ja, mal gucken. Das ist wohl so ein leicht gelandet. Geländer. Mhm. Und Plattformen würde das dann wahrscheinlich. Für gute Aussicht. Mhm. Oh, mit Papagei! Yay! Das ist ja hübsch, Papageien sind super. Ja, der Arten sagt man ja, Arten immer Papageien oder Affen, wie weit flucht er direkt weg. Ja, oder manche eine. Ja, richtig? Sieh mal hinter dir, dreiköpfige Affe. Hat nie gezogen, die Nummer. Sind wir auch so müde denn? Nein, das ist alles original. Nix müde was? Ach, was den Blumen können? Dreimal müssen wir das machen. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich fange schon mal an. Meine Blumen zu Hause sind leider nicht ganz so aufgegangen, wie ich es gehofft hatte. Ich hatte so ein bisschen Rasen abgetragen und dann so Streublumen drauf, Bienen und Hummelschmausen. Das Problem war, ich habe zweieinhalb Quadratmeter, das war aber gedacht für zehn. Und ich fürchte, die nehmen sich einfach die Nährstoffe aus dem Boden, dass die nicht vernünftig rauskommen. So ein paar Blüten sind da, aber es könnte deutlich mehr sein. Und ich habe halt zu viel drauf gestreut. Weil irgendwann sagt die Erde dir auch, nee, so viel Energie habe ich nicht. Und liegt auch da? Achso. Genau. Und hier ist dann der dritte. Dann kommt hier ein Haken. Mhm. Das ist der Haken. An den Papagaden. Der Haken. Also sehr viel Botanik, auf so einer Pirateninsel. Ja, das ist halt die Frage. Ja, gut. Ich meine, Piraten, das ist ja egal, wie viele Blumen da stehen. Ja, jetzt kannst du es schon raussetzen. Ja, ist natürlich. Ist auch noch. Genau. Piraten nehmen sich was zu wollen. Ob da jetzt viele Blumen sind oder wenig. Sand und Kies kann halt im Weg sein. Aber ich kenne mich mit Piratengeschichten und Sagen und Lieben so überhaupt nicht aus. Muss ich jetzt zugeben. Es gibt zum Beispiel einen Piratstörtbäcker. Das aber leider hat sich herausgestellt, dass es eine Sage ist. Ja, da geht es schon los. Zum Beispiel, das ist einer der Bekannteren. Der Name sagt mir tatsächlich was, ja. Also der Lame taucht schon auf in der Geschichte. Aber nicht so als großer Pirat, sondern nur als Matrose quasi. Ach so, er hat sich als Pirat gesagert quasi. Sehr interessant. Ja, so kann man seinen Lebenslauf noch verfälschen, ne? Ja, wirklich. Hm. Hast du? Die Tonnen stehen. Die Tonnen hast du? Vier Stücke. Exactemo. Dann gab es noch den Piraten Drake zum Beispiel, der auch noch bekannter ist. Wer ist der? Drake, ja. Okay. Der hat sich mit Queen Elizabeth damals zusammengetan und hat auch Rollbzüge gemacht für sie. Na ja gut, Engländer waren ja auch viel unterwegs. Ja, die waren auch sehr. Spanier waren auch viel unterwegs. Spanier auch, ja. Und Engländer. Engländer, Spanier. Alles vom Recher. Alles vom Recher. Alles vom Recher. Kategorisch so. Das war schon. Das war es, ja. Ja. Erstmal kommen mir die Schritte teilweise sehr kleinschrittig vor. Mhm. Dann haben wir nur einen Teil fertig. Ja, so ungefähr. Ja, warte, da kommen die Trommeln noch drauf. Ja. Und hier fehlt ein Pin. Wie ein Pin? Ja, den da. Ach so. Den kann ich ja eben bauen. Dann kommt nämlich das Kattern noch drauf. Mhm. Mhm. Ich würd schon sagen, die Pflanze ist falsch, aber ist sie nicht. Und dann kommt das rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich muss Kämpe hinkrafen. Sekunde. Sekunde. Ist das alles so richtig? Nein, da fehlt noch was. Was werden denn dann noch? Da fehlen noch die. Und hier fehlen dann noch die. So, jetzt ist das auf einer Ebene, sonst passt das doch nicht. Sonst passt das doch nicht. Ja, sonst hätt's nicht gepasst. Ach, fast. Hast ja recht. Hast ja recht. Dankeschön. Kanonenkugeln. Yay. Wieso kommst du auf Kanonenkugeln? Ja, hier. Ach da. Ich denk schon, hey, wir bauen noch Fässer zusammen. Ja, Kanonenkugeln sind ja auch wichtig. Zur Verteidigung. Ja. Mal gucken, ob die Insel eine Verteidigung hat. Mal gucken, ob wir das alle richtig hinstellen, ja. Ah ja, doch. Da ist schon mal nichts mit Verteidigung. Ja, geht hier schon mal flüchten. Ja, mal ein leichtes zählen. Ach, da kommt auch noch ein. Und dann, okay, denk. So, dann hier hoch. Na. So, wo kommen die Kanonenkugeln in der Welt, oder? So. Wo kommen die Kanonenkugeln in der Welt, oder? Hallo, so. Hä? Das ist ein falscher. Falscher 15. Ja, der geht ja nicht. Der muss glatt sein. Ja, da hinten kommt noch eine. Wo hinten? Na da hinten. Ja, jetzt passt es. Ja, meine Seite habe ich auch schon fertig. Prima. Du hast ja auch nur drei Teile. Ja. Mehr. Ja. Ah, ja, 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 ja. Das sind auch nur drei Teile. Als ob. Ich muss mal gucken, was hier passiert. Oh, die Teile sind auch neu. Hier, guck. Was ist denn? Ach, so eine Lampen, oder was? Ja, so eine Lampen, ja. Kannst auch noch nicht. Kannst du einfach so lange rein, oder ist da? Nee, es kommt einfach so lange rein. Okay. Ah, ja. Eine Axt, ein Hammer. Hammer? Wo ist die Axt? Wo kommt denn das hin? Ach, wird das denn was fast gelegt. Was wird denn das fast dich nicht? Und eine Paddel. Ein Paddel. Und nur Bordel rum. Ja, leider nicht. Da fehlt aber der Deckel noch irgendwie. Ja, da kommt kein Deckel drauf. Da kommt kein Deckel drauf. Auch nicht das schwarze hier? Nein. Da kommt kein Deckel drauf. Nein, da kommt kein Deckel drauf. Doch, da kommt auch was Schwarzes drauf. Genau. Das ist nur eine einfache Flasche, oder alles? Und warum ist die dann schwarz da oben? Ach so, und du meinst, sonst würde man das anzeigen. Genau, richtig. Was kommt die denn hin? Die kommt in das andere. Und dann kommt das da hin. Und das kommt da hin. Das ist nicht klingt, weil das schwarz ist. Aber wir haben auch nur die eine, oder? Wir haben nur eine Bulle. Okay. Jetzt kommt die Beleuchtung. als ob die Beleuchtung selbst. Ja, das sind ja wichtig. Leuchturm. Ja, Turm vor allem. So, das darfst du die nächste drauf machen. fängst du mit dem rumpf schon an jetzt ja das ist sehr irritierend ist weil die tüfe gleich irgendwie leer ist aber gut so ist es halt ja mit dem rumpf fangen wir schon mal an rumpf ist rumpf aber das in dem fall vielleicht sogar wir haben so eine rolle spülen es sei denn da kommen noch irgendwelche stäbe da wo ich glaube ich meine das ist schon interessant was man nebenher sagen die den rumpf baut ja statt zu sagen abschnitt beendet oder so sechs mal das geduld ja ich auch das ist ja nicht so mache ich das immer egal was ich mache in meinem job bin ich auch ganz das einmal und bin direkt fest das muss innen so nimmst du die roten dann habe ich eine orientierung für die schwarzen geklopft hoppala ich habe ja noch ein bisschen danke halt die sind einzeln die sind nicht doppelt die kommen nämlich auf deine seite und dann kann ich das abzählen weil die von da aus zwei weg sind damit das sind ja auch vernünftig nicht passt das vernünftig nicht passt ja ja wenn das dann nicht passt dann ist es vernünftig wenn es schon falsch ist dann macht es wenn es richtig falsch ja doch geht schon los geht schon los ja auf jeder seite sind zwölf viermal und zweimal ich weiß nicht ob das sind so schräge dinge kann man gut wie wir jetzt wischen ist ja einer platz ja noch nur einen aber auch wieder außen das ist ja immer ganz wichtig hinterher brauchst du die obere und dann setzt du das drauf und dann passt nix jetzt hast du das sheet schaden genau wenn du das in der mittel abpasst ja hier muss das gleiche das sieht doch aus als blöchersicht ja nee abweiten jetzt muss der zweifel dass sie da unterwegs ok zweimal lämpchen hier und einmal ohne lampe da vorne kommen jetzt so blenden denn da hast du schon die blende drangemacht oder was jo jo was denn hey aber die hier sind ohne ja ich wollte schon sagen jetzt kommen welche mit und welche ohne ja ja ich wollte schon sagen wo sind die denn dann eins zwei drei vier dann kommt der rest in die lücken hier ne fünf sechs sieben und die achte ne eine blende kannst du wieder wegnehmen da kommt keiner ran nur hier auf den beiden ja aber die anderen sind ohne blende siehst du die ist auch ohne ja aber hier kommen da unten die blenden dran ach jetzt kommen sie doch deswegen das hätte lego auch direkt einen machen können nein 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 das ist ja voll irritierend ok sorry das habe ich nicht gesehen eins zwei drei vier und hier außen noch fünf aber hier ist ein low warte das ist schon immer das ist falsch habe ich doch einen falsch ist das versetzt ich komme nämlich so nebeneinander ah ja tatsächlich ich denke das war schon ich glaube auch weil mehr teile haben wir nicht ja tüte Nummer drei so wir haben nur den Rumpf gemacht jetzt kann ich auch euch wie gewohnt wieder rausholen ja das war natürlich in zwei wir sehen uns bei Nummer drei vielen dank fürs zu sehen bis zum nächsten mal ja 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 ich